Und wir gehen ins Schwergewicht. Da kommt ein Mann aus Sao Paulo in Brasilien. Und er hat schon viermal in Deutschland geboxt, unter anderem den Sinan Samil San. Und hier ist er schon, in der gelben Hose. George Arias! Hat natürlich seine Frau mitgebracht, wie das bei Brasilianern so üblich ist. Ja. 102,2. 102,2. George Arias von Sao Paulo, Brasilien. Unser Gegner, einen neuen Versuch auf dem Weg zur Weltmeisterschaft, der Mann aus Russland. Hier kommt Dennis Brütsow. Und er hat einen neuen Trainer, den Sie aber schon längst kennen. Das ist der Mann, der zum zwölften Mal Trainer des Jahres geworden ist. Das dutzendlich voll, 1700 Stimmen, deutsches Bundesverdienstkreuz, Hosenbandorten. Herzlich Willkommen, Uli Wegner. 100,2. 100,2. Dennis Brütsow. Und außerdem sammelt Uli Wegner Hosenträger, wie Sie sehen können. Das ist, glaube ich, das 88. Paar, was du jetzt sagst. Aber Schick macht einen schlacken Fuß. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich.